Musik Campon mit dem guten Freistoß, der hat ein sehr gutes Auge und schammert. Kommt tatsächlich noch an diesen Ball. Klasse Freistoß, gut gespielt. Ihre Knieverletzung zugezogen und kehrt jetzt zurück. Achtung, Möglichkeit für Bühr. Und dann die Intervention von Stojanovic. Erste Tor-Möglichkeit für den FC Basel nach einer Viertelstunde. Eten! Jawohl, der Ball ist drin! Schon wieder trifft dieser Cedric Eten in seinem früheren Heimstadion. Im vierten Spiel, nein, im dritten Spiel, das vierte Tor. Die Konstanz in Person. Achtung, Ademi, das ist der Ansgleich. Erstes Spiel für den FC Basel. Erstes Tor und das nicht als Joker, sondern als Spieler. Und er kämpft sich auch den Ball wieder. Oh, was gibt Schiedsrichter Chakotet? Er gibt Penalti. Nach der Intervention gegen Guillaume Novo von Czemert. Eten gegen Jonas Omlin. Eten, 2 zu 1. Noch ein Tor gegen den FC Basel. Sein insgesamt fünftes. Achtzigste Spiel. Eten, 3 zu 1. Vielen Dank.